geklärt ins tohaus gibt ecke die ecke kommt ein der torwart hat immer gute aktion schon mal so ein pass gesehen aber erfolgreich kann man damit trotzdem sein ja und ich finde ja auch diese manchmal das gibt man nicht welche langen bälle haben was so dämlich ist es gar nicht und jetzt wird es noch mal eine ganz heiße schlussphase buschi das kann man wohl sagen